Der Grund für mich, dass der Wechsel zum FC Thun klappt hat, ist sicherlich, dass ich meine Karriere noch einmal neu lancieren hatte. Ich hatte doch ein schweres Jahr im 2019 in Amerika. Ich habe nicht so viele Spiele gemacht. Das ist eine gute Möglichkeit für mich im FC Thun, um bei den Fuss zu fassen und mit dieser Mannschaft in der Liga zu arbeiten. Mein Vater war selber Fussballer. Leider habe ich als Fussballer nicht grosse Erinnerungen von ihm. Aber es ist klar, wir hatten doch als Familie eine Videokassette von gewissen Spielen. Und solche Videos sind doch interessant, wenn man sie auch anschauen kann. Ich glaube, er ist stolz darauf, wie meine Karriere verlaufen ist. Und ich will einfach versuchen, das Beste möglich zu erreichen für mich persönlich. Auch im Wissen, dass er stolz auf mich wäre, wie ich alles mir selber oder durch meine Familie erarbeitet habe. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich mache mich einfach! Ich meine, ich finde die